So, heute spielen wir eine Runde Duty Calls, The Calm Before the Storm. Und, ähm, ja, ein sehr lustiges Spiel, es ist ein kurzes Spiel, eine Folge, hier sehen wir kurz die Steuerung. War, war never changes. Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes, no, of course it is, it's war. Yes, no, yes? Okay, das war jetzt eine kurze Einleitung hier. Here's your objective. Blah, 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 secret base. Blah, 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 plan. Blah, 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 nuclear missile bomb. Blah, 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 counting on you, utmost importance. Win, good luck. Ha, eine kurze Einleitung hier. Und mal kurz was zum Spiel. Ähm, es ist keine Farge. Also, werdet ihr gleich merken, dass es überhaupt keine Farge ist und so. Und, ähm, es hat auch nichts mit Call of Duty zu tun, auch wenn ich es gern damit vergleichen würde. Weil Call of Duty ist scheiße. Und das Spiel hier ist es bestimmt nicht, dass es garantiert besser als Call of Duty. Wir sehen hier gleich, das ist eine super Animation. I am an enemy. Okay. Du bist ein Feind, ja. Geil. Alter. Boring. Boring. Hahaha. Boring. 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 Ranko. Master Sergeant Shooter. Alter, ich finde diese Ranks hier, finde ich auch so göttlich einfach, nur ist es einfach das Beste am Spiel. Aber man sieht doch schon. Alter, man sieht doch schon. Alter, das ist voll, voll auf Call of Duty Niveau. Alter, ich will neben dir vorbeigehen. Alter. Hey, ich will neben dir vorbeigehen. Boring, 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 boring. Der ist tot und sagt Boring. Meine Fresse, Alter. Ich bin auch ein Feind. Achso, du bist ein Feind. Achso, ja, dann gehe ich mal an dir vorbei. Boring out. Fall in die Oresse. Ranko. Master Sergeant Shooter Sergeant Person. Hahaha. Alter, diese Ranks hier. Das ist echt auf COD Niveau, muss ich wirklich sagen. Du hast picked up as Small Grastik. Okay, dann muss ich mich jetzt nochmal umschauen hier. Alter, aber das Spiel hat einfach hier mega Qualitäten hier, Alter. Das ist einfach so genial. Hey, Fox Club Niner. Ich werde dich auf dich und sagen, was ich wirklich sehr interessiert habe, um die Spiele zu entwickeln. Oh, ich bin tot. Ich werde die Spiele erhöhen, um die Spiele zu erhöhen. Hahaha. Okay, jetzt müssen wir in Zeitlupe den Typen eliminieren. Ich würde sagen, schießen hier. Ins Bein. Oh. Achso, ja. Also das ist voll. Sergeant Sergeant Master Sergeant Shooter Person. Achso, ja. Alter, geiler Rank. Boring. 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 Also das ist wirklich genial, Alter. Da haben wir unseren Stock gar nicht geworfen. Äh, wie war das? F? Ne. Keine Ahnung. Ich weiß, die Tast gar nicht mehr zum Stock werfen. Aber auf jeden Fall, das ist voll Call of Duty-Niveau hier. Mega, Alter. Kein Setup. I'm yet another enemy. Was? Du bist auch ein Feind. Achso, ja, okay. Äh. Hallo? Huhu. Äh, hallo? Hier. Hier bin ich. Huhu. Ähm. Boring. Ähm, boring. Ja, jetzt schieß mal. Boring. 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 Master Sergeant Shooter Sergeant Important Person of Sergeant Extreme. Boah, Alter, das ist ja echt hier höchstes. I am also an enemy. Von wo kommt die? Ich lasse ihn jetzt mal stehen. Boring. Ich schieße ihn zwischen die Beine und das. Boring. Also das ist ja echt hier COD-Ghosts-Niveau, Alter. Also von der Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt kein Verarsche, sieht sogar geiler aus. Okay. Boring. Ja. Boring, 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 boring. Okay, boring. Ich gebe die jetzt Boring. Boring, 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 boring. Äh. Wie wäre es mal was Spielchen? Boring. Ich habe hier auf den Fallschirmen geschossen und ja. Boring, boring, boring. 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 Wirklich COD-Niveau. Press G to pick up 500 sheets of white, irgendwas. Press G to... I have a gravelly voice with a big, full accent. I have an eyepatch and I wear a nice suit. This means I am leader of bad guy. I hold the nuclear missile bomb. I will never give nuclear missile bomb to you. Give the nuclear missile bomb to us, leader enemy boss. And then put your hands up. Okay. USA is Dominate. Alter. I am crying, Beers. Das war aber ein tolles Spiel hier. Putz. Sit down. Come on, come on, come on. Come on, sweet baby. Oh yeah. Suck it. Oh yeah. Badus. All time, Benz. Also das war ich dann. Ich bin auf höchstem Niveau. Muss man einfach so sagen. Und damit da schon finanziert werden kann, muss jetzt aber noch Werbung hinten dran gepackt werden. Äh, man sieht wie alt das Spiel ist. Aber es ist eine bessere Grafik als Ghosts. Das muss man ihm lassen. Also nicht schlicht, ne? Alter, und diese Werbung einfach nur hochqualitativ. Okay, gleich noch einen hinten dran. Nein, jetzt beginnt das Spiel von neuem. Ach, wie klein ist das denn bitte? Jetzt, wie ihr schon seht, presst die Start. Also man kann nichts auswählen. Hier kommt dann gleich die Tastatur und so. Also, ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und, ähm, hoffen wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Bis dahin noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Ja genau, hier halt nur noch die Tastatur, Movement, Air Reload und so, ne? Also tschüss. War.